Und jetzt kommt für mich eine besondere Freude, Ihnen Frau Margit Wache ankündigen zu dürfen. Eine anerkannte Knopfharmonika-Künstlerin, die nicht nur hier im Inland, sondern auch im Ausland bekannt ist. Eine Kimi-Dud-Gewinnerin. Stimmt, stimmt, ja. Kimi-Dud-Gewinnerin. Und sie wird uns heute eines ihrer Lieblingsstücke spielen, mein liebes Elk-Kloss. Stimmt, stimmt, ja. Stimmt, stimmt, ja. Stimmt, stimmt, ja. Stimmt, stimmt, ja. Stimmt, stimmt, ja.